optische illusionen im internet kennen sie sicher alle wo einem die eigenen augen an streich spielen jetzt meine frage kann ich das in adobe illustrator nachbauen geht das ich probiere es mal ich mache mal aus der ebene 1 mache ich mir mal eine vorlagenebene und diese datei platzieren ich habe mir da was im internet rausgesucht dass ich nachbauen möchte sage platzieren und platzieren wir das ganze mal und schützen wir dann das wieder also das möchte ich jetzt nachbauen für das brauche ich zwei neue ebene oder ebenen einmal den hintergrund den mache ich jetzt einfach mit einem rechteck ziehe das auf das muss jetzt nicht so genau sein und sage denn du bist magenta vielleicht so hier oben mit der deckkraft 40 prozent irgend so was die vorlage kann ich ja dann abschalten dann sieht man dass die schütze ich gleich dann gibt es eine zweite ebene und die nenne ich mal ellipsen und auf der arbeite ich dann so schalte ich das mal ab jetzt möchte ich hier arbeiten ich vergrössere mir mal das ganze ein bisschen und jetzt mache ich mir hier meine erste ellipse passe ich mir dann nachher noch an was ich sicher weiß das wird irgendein blau werden und die kontur wird im moment noch schwarz schwarz und vielleicht so diese dicke in dem sinn so jetzt mache ich das mal ein bisschen kleiner und sie das wieder auf bis mir das gefällt ungefähr so jetzt sehen sie was das problem ist hier hat es auf der linken seite einen schwarzen und auf der rechten seite eine weisse linie wie mache ich jetzt das am einfachsten ich gehe in den unter fenster und dann in den verlauf und jetzt erstelle ich mir hier einen neuen verlauf also ich wähle den mal ankehren und dass ich schwarz hier habe und jetzt mache ich hier nochmals eines das mache ich mir auf die position 50 und die deckkraft wäre 100 prozent und das gleiche mache ich gleich nochmals wieder auf 50 dass die übereinander sind aber dieses mal hätte ich gerne weiter jetzt habe ich hier schwarz hier weiß es gibt dann verlauf den ziehe ich mir hier noch kurz hinein dass wenn irgendetwas passiert könnte ich das ändern den verlauf so brauche ich jetzt nicht mehr jetzt habe ich die kontur ich hätte gerne diese kontur und schon haben wir das jetzt brauche ich hier ja noch weitere ich wähle dass man an und ich gehe hier über das skalieren werkzeug doppelklick auf das skalieren werkzeug und ich mache das mal 70 prozent vertikal nicht nur horizontal die konturen skaliere ich und sage kopieren und verschiebe das mit gedrückter schifftaste hier hin dann doppelklick kopieren lasst die 70 prozent schieben wir das hier hin nochmals nochmals kopieren und das sieht gar nicht so schlecht aus so jetzt haben wir diese sachen und jetzt mache ich es so ich kopiere das einzeln mit gedrückter alt und schifftaste das hier mit gedrückter alt und schifftaste dieses ebenso dieses und dann noch das und ab hier sehen sie hier wechselt es weiß schwarz also müssen wir das ganze umkehren ich markiere das ganze gehe ein bisschen kleiner dass sie es ein bisschen besser sehen mit gedrückter alttaste kann ich das hier machen so jetzt habe ich hier noch irgendwas dass ich gar nicht brauche also ich kopiere mir das ganze auch mit gedrückter schifftaste rüber und jetzt wäre noch alles falsch das heißt ich gehe auf das rotieren werkzeug und rotieren wir das mal dass das so aussieht ok jetzt haben wir hier den wechsel schwarz weiß schwarz weiß und dann fängt es so an so und sie sehen irgendwas hier stimmt dann nicht mehr so ganz aber dass die ungenauigkeit des gifs dass ich hier habe das heißt jetzt brauchen wir nochmals diese sachen und die kann ich jetzt rüber kopieren und hier mache ich mal jetzt einfach so von mir her den abstand vielleicht noch ein bisschen rüber so wenn man das jetzt mal weg nimmt sieht das so aus ich gruppiere mir das ganze mit befehl und gehe und kopiere mir das jetzt mal nach unten auch hier werden sie dann sehen ob es ein bisschen unsauberkeiten befehl d und ich mache jetzt noch eines mehr schiebe das so hinauf markiere alles und verteile das jetzt mal in der höhe ok sieht doch gar nicht so schlecht aus nehme ich das weg mache das ein bisschen grösser so dass man das sehen kann nehmen wir den hintergrund noch dazu und sie sehen es funktioniert wenn sie das sehen können dann funktioniert es wenn nicht dann kann es an ihren augen liegen es können nicht alle leute sehen aber hier sieht man es relativ gut dass sich da was wie bewegt sie sehen also sie können etwas wirklich auch in illustrierten nachbauen ihre eigenen optischen illusionen ich bin gespannt was sie für resultat erzielen und die 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 das Bis zum nächsten Mal.